Hallo und herzlich willkommen zurück, MW2, immer noch zu 5 und wir spielen Suche und Zerstörer auf HiRise. Ich bin auch da. Ja, du bist auch da. Im Morus, extreme, ich bin nicht die schnicken. Die Predator-Rakete, abzuschliere, lässt sie an der Luftboden-Rakete steuern. Ja, zumindest bin ich nicht hier. Ich bin ein Teil in einem Team. Ja. Alter, Leon, das war es bei dir. Nein, ich war nicht bei mir, das war Giano. Alter. Ja, super, Elias, toll, es ist nicht im Kackteam oder was? Nein, ich bin nicht kacke. Nein, ich bin im Dreier. Ich bin nur... Also, wir sind im Dreier-Team, stimmt. Ah, stimmt. Noll, hast recht. Aber die Bombe wurde schon platziert, oder? Ja, das ist einfach. Ja. Ah, Leute, der ist in dem Haus, der ist in dem kleinen Haus drin, in dem kleinen Haus. Sind alle drei tot? Der ist da drin, siehst du nicht. Ja, Elias, lebt noch, pass auf. Der ist da drin, los. Boah, du bist so ein, du bist so ein, du bist so ein, du hast so daneben geschossen. Ah, es ist ein, du bist so scheiße. Echt, du bist so daneben, was ist mir kein bisschen Damage gemacht? Okay. ok die sind auf jeden Fall aus dem linken Fenster rausgesprungen er hat wo ist der Mann ich bin ja bis der Urlaub der Sonnabend Daubergen auf Deutsch nur was du da wiederum zu tun die Arno wir sind die Scheiß-Tube-Werfe weg der beiden sind er ist hinter dir Boah, der Egel ist dann... Giuliano, du bist so scheiße. Giuliano, ich weiß nicht, du bist so scheiße. Ja, er hat sich selber umgebracht. Ja, trotzdem ist Giuliano scheiße. Ja, er ist auch noch so mitgebracht worden. Nur durch seine Hacks ist er Level 70. Ich weiß schon, ich hab übel die geilen Hacks, die haben nur Hacker, oder? Und die Hacker, der Hacks, 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 Hacks. Ich spiele nicht so auf, Kollege. So. Das war der Arschgefick für das Spiel, ne? Wow, das ist krasser Scheißen. Selbst Jura. Ja, ne, 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 nicht die Bombe. John hat die Bombe. No, das ist ein Geschitts. Das hat mich gekillt. Und sei das Geschitts hat mich gekillt, oder was? Nein, du bist das Ding rein. Das weiß ich. Das weiß ich, das weiß ich. He deservinglud ach so leuchten da war es auch von mir ich habe es noch nicht ich habe es noch nicht nur immer in der Nähe auch mal die Schaltkompel gekannt von Sachs ist eigentlich auch noch das ist die Scheißbaum nehmen damit jeder weiß oder Oh, blockier doch dich! Noll! Fell! Du bist so ein Spacken, Mann! Wie denn jetzt geht los? Final Kill, ne? Aber damit sind wir noch nicht von mir, oder? Ich bin jetzt alleine, gell? Oder? Nee. Oh, okay. Ich mag Claymors nicht so, weißt du. Ich bin selbst eigentlich auch so einer, aber grad nicht so. Drum rauscht's wieder, ne? Nö, also bei mir nicht. Ja, komm, 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 komm! Ja, komm, komm, komm! Nein, scheiße! Warum hab ich die meisten Punkte? Ja, so halt, diejenigen. Hallo, hoffen wir nicht. Ja, komm, 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 komm! Ist der Dominik noch da? Dominik? 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 Auf jeden Fall läuft er noch, also ist er noch da. Wahrscheinlich haben wir ihn jetzt wieder in Verloch. Neul, wie hast du das wohl lebt, Schöner? Ja, ich bin halt geil, den kann ich nicht. Scheiße! Einer ist bei A, der läuft wieder auf dem Ding rum, auf dem Kran. Entschuldige zu. Ja, halt. Wir essen jetzt bei mir noch drin nur noch der Dominik, oder? Und ich. Ja. Du Scheiße. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Nein, bei B ist der. ich bin bei denen ich bin bei B nein warum ich bin den Tag Eier genau nicht und sehr gut hört ihr mich mit k ab und die erzellte ich jetzt er will ich jetzt anwesend die ganze Zeit zum hallo 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 jetzt haben wir nicht erst wieder das hier nicht machen Baddorf, und da ist oben ist einer ja stimmt wo ist einer? und du siehst es doch auf der Map der eine ist bei A, da hinten in der Ecke und der andere ist so der offen der Öde, der geht in der Gitarre genau da wo du jetzt bist irgendwo ist gerade in diesem Jahr genau nee das ist der Bruder wusste da der oder das war krank, jungen, das war krank ich muss jetzt fahren ja ok er muss ja als alleine spielen oder wie? ja ne, dann lecker dann hören wir halt auf bei einem Wechsel da oder ich wechsle, ich wechsle zu Team, ich wechsle zu Jan, ok mein Mann ja aber jetzt komm, wir wollen jetzt noch die Runde fertig machen Loll komm, nur noch die Runde fertig ich bin bald Loll ah, jetzt bin ich Zuschauer oder was? ja gut, Leanne, dann geh halt jetzt, wenn du, wenn die Runde vorbei ist, jetzt geh jetzt raus ja 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 ok, gut, dann, äh, musste der Zeit leider gehen und wir spielen Zeit nur noch zwei gegen zwei ja 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 dann warm was meint immer hinterher ey ja weil wenn du ge хорошо k ja ja du sollst aber deinen eigenen Scheiß machen der Mann da ist immer so wie in der Stadt das ist ein Kind und nicht mehr das Land und nie bei sonst 2 zu nehmen drei gegen einen während des Verunfärdens und dort muss dann kann doch mehr ja und nach der Runde haben wir auch so und los und die eine Runde spielen dann müssen wir noch mal bei einer Runde ich musste auch noch mit dir reden der Zeit wurde mit Schuhe ab und in der Regel auch immer gemacht ich das eben und kurz her und so haben wir gesagt haben in der Sonne um den Fernseher Läublein von einem Schalzer aber genau mit Taktikmesser sei die seit dem Wechsel wir haben es weiß noch was ich gesagt habe ja ja wir machen das gleich machen die Städte und die Einzelnein der Wettbewerb ja ja das ist ja dann okay aber jetzt was ist man hier den Schuss spielen Möller hat jetzt bei der GF 6 direkt da genau wird mir fällt wenn der ist der Rechtsrecht ist er oder nicht als er genau das er stimmt und das ist die Städte andere Waffe an die Spinnstor die Erkrankung der Waffe und später wird es ordentlich und nicht und das erler 9 und ein so ein Koko Bauer der Begründung sich mit nicht nur Kornierstelle Gupf ist die Lärmung des Nullieres die Liede das doch gar nicht in der Strecke das ist die Spiele wir mussten nicht und so nicht stellen Du brauchst nicht immer mit Netz-Play wenn du kein Bock hast Alter Leute lassen sich doch später besprechen macht einfach erlassen sein wird und sie unter kann ich gar nicht wo er sich die der bei der abweichung da bleibt da der dritte und geht durch die gleiche gebeten die überdreht der Bank und Land ein ich stecke die erste jetzt wird das auch für die 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 schiebt auch fast schiebt ich weiß was wir das der Fläche der Sprenger das geht zurückgehen er trägt viermal tisch ich weiß doch genau wo es schweig die Bühne ich bin ich bin auf die Runde was er die hat so war der und nun und ich bin nicht viel und das das war knapp, Alter, das war knapp. Schau, du siehst die Eier, boi, boi. Okay. Okay, das war die Aufnahme, bye, bye. Bis zur nächsten Folge, dann vielleicht wieder mit allen Fleuten, nur zu viel oder zu dritt, keine Ahnung. Bis dahin, tschüss. Tschüss.